jo leute herzlich willkommen zu einem youtube video auf meinem kanal und zwar heute habe ich etwas vorbereitet und zwar das ist das ding hier leute ist dreckig aus es sieht alt aus leute ich nehme ab sofort nicht mehr mit diesem gerät auf man kann sagen ich habe mir gestern ein niegelnagel neues handy besucht und zwar das samsung galaxy a 32 5g habe ich mir besorgt leute dieses handy da habe ich deswegen auch schon besorgt weil dieses handy hat die apps nicht mehr gestartet und mit dem neuen handy nehme ich gerade auf ne leute nämlich gerade auf mit diesen hier und leider ich habe auch eine neue nummer falls ihr mich kontaktieren wollt dann nicht mit dieser nummer mit meiner hauptvertragsnummer sondern mit diesem handy dieses handy ist auch registriert darauf dass hier magenta t draufsteht ne leute habe ich es registriert mit dieser wertkarte leute und falls ihr meine nummer haben wollt leute da drauf steht die rufnummer ne ich zensiere das extra leute wenn dieses video mindestens fünf likes hat und der fünfte kommentar beziehungsweise der zehnte kommentar bekommt meine meine neue nummer das heißt der kann dann auch mit mir in kontakt treten wenn er möchte deswegen der zehnte kommentar von verschiedenen usern das gilt jetzt nicht so dass jetzt zum beispiel ein user c mal ein hei heißt band nein das lassen sich jetzt nicht durchgehen der zehnte user halt bekommt meine neue nummer halt und ja wie gesagt die regeln dazu sind einfach nicht der gleiche user soll immer spammen sondern es soll mindestens zehn verschiedene user schreiben also zehn verschiedene leute wenn man so sagt gut dann was ich sagen wollte kommt jetzt auch noch ein video wie ich das handy vorstellen und dann sehen wir uns gleich wieder da haben wir schon das nächste handy das ist mein neues gekauftes handy ihr seht schon eindeutig den kameraunterschied jetzt seht ihr das vom alten handy was vorhin da war sie zwei minuten zurück und das ist es mit dem neuen also alte kameraqualität sieht irgendwie so total kacke aus irgendwie aber das hat echt die die neueste kamerafunktion gönnt ihr alter das wird sogar unscharf und das ist echt ein gigantisches handy leider wirklich ich brauche nur mein finger jetzt so seitlich halten zack ist es entsperrt ich habe auch hier so ein gesichtserkennungsreflektor zack und brauche ich nur noch so tun weil sonst gibt es einfach nur einen pincode aber den pincode wollen wir ja nicht einfach finger dran halten und dann es ist entsperrt leute ich würde euch dieses handy auch empfehlen das sieht richtig gigantisch nice aus ne es hat fast die gesamte packung größe ne ist viel größer als wie dieses handy da leute und dann würde ich sagen war es das auch schon wieder von dem video ne wollte euch gesagt haben dass ich jetzt eine neue neues handy habe und falls ihr jetzt auch mitmachen wollt bei diesem gewinnspiel dass ihr meine nummer bekommt ne von meinem alten handy ne nicht von diesem handy nein 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 von diesem handy da falls ihr da die nummer haben wollt der zehnte user ein separater user was in den kommentaren schreibt soll ähm schreiben halt dass ja der zehnte user halt ich schreibe ich schaue täglich jetzt in den kommentaren nach und der zehnte user bekommt dann diese nummer ps er muss discord besitzen alles klar gut dann ähm wünsche ich euch was haut rein ciao bis zum nächsten mal